Okay, Amaya, bist du bereit? Oh, ja, genau so. Okay, eins, zwei, drei. Bist du bereit? Hey, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Okay, das geht nicht so gut. Hey, herzlich willkommen zu Part 56 von Let's Play The Sims für Tiana Legacy. Wir sind wieder zurück mit unserer lieben Familie Miles. Und im letzten Part haben wir ein bisschen Zeit mit unserer lieben Lily und ihrem neuen Bekannten verbracht. Und zwar ist das ihr Klassenkamerad Jalen. Den haben wir ja umgestylt im vorletzten Part und haben so ein bisschen Pläne geschmiedet, was da denn noch in der Zukunft kommen kann. Und ihr habt super viele coole Ideen gehabt. Und ich freue mich so sehr, diese ganzen Ideen in die Realität umzusetzen und sie jetzt hier ins Spiel mit einzubinden. Und ja, haben wir noch was gemacht? Ja, wir haben Kitten bekommen, die dann, weil wir so nett sind und auf gar keinen Fall zu eigenen Zwecken das getan haben, wir haben sie unseren Familienmitgliedern geschenkt. Also wir waren ein bisschen bei den anderen Familienmitgliedern der Familie, also die, die es noch gibt, der Familie White unterwegs und haben denen unsere Katzen gegeben. Und wir sind sehr, sehr glücklich, dass sie nun ein wunderschönes Zuhause gefunden haben. Und sind natürlich aber auch sehr traurig, dass sie nicht mehr in unserem Haushalt sind. Nein, aber das wäre wirklich eine Bestandsprobe gewesen. Deswegen bin ich echt froh, dass wir jetzt hier drei Kätzchen weniger haben. Genau, das haben wir im letzten Part auch noch gemacht. War sehr schön, die anderen Familienmitglieder auch nochmal wiederzusehen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir starten einfach mal in diesem Part rein und ich wünsche euch ganz viel Spaß! Hier sehen wir vor uns eine ganz prächtig gelaunte Dawn. Sie ist einfach die Glücklichkeit in Person. Nee, aber ihr wisst ja alle, sie macht momentan wieder so eine kleine Phase durch, hat im Moment wieder keine Lust, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen und so weiter. Und deswegen ist sie auch dementsprechend schlecht gelaunt. Aber die Mädels müssen jetzt gleich auch zur Schule, deswegen habe ich die alle ein bisschen aus dem Bett gescheucht. Lilly ist jetzt gerade erst aufgestanden, ich glaube, sie schafft es auch nicht mehr, was zu essen. Aber sie geht auch lieber zu ihrer Mom und bittet sie um Rat. Vielleicht, weil sie den Mann ihrer Träume beeindrucken möchte. Nein, aber sie findet Jalen, glaube ich, schon ganz schön süß. Also die zwei haben sich ja auch ganz gut verstanden, also haben wir jetzt so ein bisschen Freundschaft schon aufgebaut. Und ihr habt auch schon geschrieben, dass ihr die Idee, dass Jalen tatsächlich auch ein Magier ist, sehr, sehr gut findet. Ich habe ein paar Kommentare gelesen, die waren einfach so grandios gut. Und ich freue mich da so drauf, das dann in die Tat umzusetzen. Also, dass wir das tatsächlich so machen, dass Jalen eben auch wie Camorra aus so einer bösen Magierfamilie kommt. Und Lilly und er eben so ein bisschen, naja, sich da drin verlieren, dass sie immer gemeinsam dann diese dunkle Magie ausüben. Und dann merkt Jalen vielleicht später aber so, das ist nicht gut für Lilly. Das will er eigentlich gar nicht, dass diese böse Ader in ihr so herauskommt. Und naja, vielleicht schaffen sie es dann irgendwie da wieder herauszufinden. Aber so im Groben ist das die Storyline, die ich mir jetzt so ausgedacht habe, beziehungsweise mit euren Kommentaren dann entwickelt habe. Und ich finde das sehr, sehr cool. Also ich bin sehr, sehr gespannt da drauf. Also wir haben ja jetzt auch noch ein bisschen Zeit mit Lilly. Ich glaube, sie wird, nee, hier wird Aura zum Teenager. Hier wird Dorni ja schon zu Erwachsenen. Guck mal, Dorni hat es gar nicht mehr so lang, weil ihr ja, also wir haben gemeinsam drüber nachgedacht, ob wir bei Dorni nicht vielleicht doch so eine klitzekleine Teenie-Schwangerschaft einbauen sollen, weil ihr auch der Meinung seid, dass es irgendwie auch gut zu ihr passt. Und das sehe ich auch so, weil vor allem jetzt gerade ist sie ja wieder distanziert von ihrer Familie. Also sie hat ja immer noch diese Phase, die sie durchmacht und sie ist auch laut. Also sie ist gerade super rebellisch unterwegs und möchte so ein bisschen aus diesem Alltagstrott raus. Also sie nervt das irgendwie jetzt alles hier, dass es immer alles so eng ist. Und Lilly erzählt jetzt auch nur noch von diesem Typen aus der Schule und so weiter. Und ja, erstens wird das, glaube ich, alles ein bisschen zu viel hier in diesem Haushalt. Und naja, dann passieren halt Dinge, weil sie immer mehr Zeit mit Raúl verbringt. Und dann kommt eins zu dem anderen und wir haben natürlich dann keine Verhütung im Inventar, so wie immer. Nein, aber genau, das ist der grobe Plan. Also ich fände es eigentlich auch ganz schön, wenn Dorni dann tatsächlich auch, ja, Jungmama wird. Und dann habt ihr auch einfach noch superschöne Ideen gehabt für den Hof und so weiter. Und ich glaube, das wird ganz, ganz, ganz besonders und ich freue mich da riesig drauf. Also das ist jetzt nur mal so für die nächste Zeit, damit ihr eine grobe Orientierung habt. Und vor allem habt ihr dann auch immer noch coole Ideen, die ihr hinzufügen könnt. Also da freue ich mich dann auch sehr drauf. Ansonsten habe ich gestern noch mit Aura den Einteil vom Bestreben erfüllt. Also dass sie noch ein inspiriertes Bild gezeichnet hat. Und jetzt muss sie nur mit drei Spielsachen spielen. Easy. Und dann hat sie schon wieder das nächste Bestreben geschafft. Und dann müssen wir danach nur noch insgesamt fünf Stunden, oh, Instrumente spielen, okay. Alle fünf Bildtypen auf dem Kreativkunsttisch zeichnen und Level 10 der Kreativitätsfähigkeit erreichen. Ich glaube, das haben wir ja schon, ne, oder? Level 10 der Kreativitätsfähigkeit haben wir schon, genau. Okay, easy peasy lemon squeezy. Das können wir auf jeden Fall easy schaffen. Was macht ihr zwei cutie patootie, Sio? Könnt ihr mal süß miteinander sein? Ich glaube übrigens, dass das Buch von Tiana verbuggt ist. Weil sie kann es einfach nicht zu Ende schreiben. Also egal wie oft ich drücke, dass sie das beenden soll. Sie schreibt es einfach nicht zu Ende. Und deswegen müssen wir das, glaube ich, leider verwerfen. Weil wir wollen ja immer noch die ganze Zeit das Buch für Ella schreiben. Und das wird einfach, nichts guckt, das wird einfach abgebrochen. Deswegen drücke ich jetzt einfach mal, dass wir das Buch verwerfen. Auch wenn es mir in der Seele wehtut. Obwohl, warte mal, können wir nicht einfach noch ein zweites anfangen? Wir müssen doch nicht das verwerfen, oder? Okay, wir schreiben ein Genrebuch. Was schreiben wir denn für ein Buch für Ella? Das ist jetzt hier die Frage, ne? Also Poesie würde ja irgendwie zu Ella passen. Oder wir schreiben eine Biografie über das Leben der Ella. Das ist auch süß, oder? Mache jemanden, den du liebst und sterblich. Oder jemanden, den du nicht magst. Du führst Regie. Das ist doch perfekt. Wir schreiben eine Biografie. Ich meine, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob sich das so gut verkauft. Weil so spannend war Ellas Leben ja jetzt auch nicht. Aber wir tun einfach so. Und für uns im Herzen war Ellas Leben sehr spannend. Also versuchen wir das mal. Und leben am Hofe der Herzkönigin. Nicht ganz. Nicht ganz. Unser Buch wird heißen... Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie das hieß. Sei mutig und freundlich, oder so? Have courage and be kind. Ich glaube, wir benennen das auf Englisch. Have courage and be kind. So heißt der Titel des Buches. Und dann dieses Buch handelt von... Handelt über, handelt von, handelt über, handelt von... Dem Leben der Ella White. Und dann schreiben wir Miles. Ella... Wir machen es anders. Ella Miles, geborene White. Wow! Wahnsinn, Titel. Tschüss Amaya, auf Wiedersehen. Viel Freude. Okay. Unser neues Buch steht in den Startlöchern. Wird auch allerhöchste Eisenbahn. Weil wir kriegen nur noch für das Buch für Camorra. Also My Sue, My Sun, My Stars oder so. Tantiem, sonst kriegen wir ja gar keine mehr. Also wir haben gerade eigentlich außer den eingemachten Sachen keine aktive Einnahmequelle mehr. Ich glaube, deswegen müssen wir Camorra jetzt hier auch mal noch ein bisschen was einmachen lassen. Auch wenn sie jetzt gerade nicht so viel im Inventar hat. Aber vielleicht kann sie das ja mal eben einmal ernten gehen. Und die Häschen sind schon wieder da. Hallo Häschen. Oh mein Gott, Karl ist einfach so eine Ikone. Ich kann hier mehr. Vor allem, ich finde das so lustig, wie viele Leute mir seit diesem Vorfall, als er hier halt davor gelaufen ist, Videos und so weiter von Karl schicken. Also von Karl, ne? Von irgendwelchen Alpakas, die irgendwelche Klamotten anhaben oder sowas. Das ist so, so, so geil. Ich finde das so lustig. Also er ist einfach... Wir werden ihn niemals wieder vergessen. Ich meine, guckt euch dieses Tier an. Er ist einfach ein Star. Aber ist er noch jung? Nee, er ist ausgewachsen. Okay, aber er ist kein altes Tier und das ist schon mal gut. Okay, jetzt haben wir ja schon wieder ein bisschen was im Inventar. Also so ein paar eingemachte Pilze können wir machen. Vielleicht ein bisschen von der Schokocreme. Und dann müssen wir mal wieder zum Markt gehen, damit wir da auch wieder Geld verdienen. Und Tiana denkt, während sie das Buch schreibt an Eugene, das ist so süß. Oh, und Aura hat Level 9 der Motorikfähigkeit in der Schule erreicht. Nice, hör mal, nice. Oh, gute Noten. Don Rose hat hart gearbeitet und ist jetzt Einser-Oberschülerin. Oh, Donnie. I'm very proud. Sehr gut. Oh, sehr gut. Aber jetzt ist sie unfassbar gestresst. Oh, nein. Jetzt ist sie richtig gestresst. Von Schule gestresst. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, oh, oh. Okay, aber ich sehe gerade, wir haben noch hier das Band, weil wir ja den ersten Platz bei einem Wettbewerb gemacht haben. Das müssen wir natürlich hier stolz präsentieren, weil wir sind stolz wie Oscar. Wow. Band für den ersten Platz beim Gartenwettbewerb. Ich kann es nicht glauben. Und beim Wollwettbewerb haben wir auch gewonnen. Es ist einfach, wir sind einfach großartig. Einfach toll sind wir. Okay, warte mal. Ich gebe mal Comora die ganzen Sachen vom Ernten, damit die die dann einmachen kann. Und vielleicht auch den Honig und das Wachs. Und ich glaube, weil Donnie jetzt so gestresst ist, muss sie jetzt erstmal den Kopf ein bisschen frei kriegen und geht deswegen mit Evie mal eine Runde spazieren. Wir gehen eine kleine Runde spazieren. Und unsere liebe Lily fühlt sich unwohl, weil sie stinkt. Und das ist natürlich fatal. Vielleicht sollten wir dann ganz kurz mal eben duschen gehen. Dann gehst du hier unten duschen, wenn deine Mom da oben ist. Und anschließend werden wir dem lieben Jalen nochmal ganz kurz, naja, eine SMS schreiben oder so. Und Aura kann in der Zeit dann hier einmal mit den Spielzeugen spielen, damit wir da das Bestreben dann auch erfüllen können. Und sie hatte auch einen sehr guten Schultag. Also sie ist sehr erfüllt von der Schule meistens. Das freut uns natürlich auch sehr. So Comora schlägt sich ganz wunderbar hier mit ihren eingemachten Sachen. Das machst du super, Comora. I'm very, very proud. Was ist das denn? Ach, immer noch dieser Stein. Meine Güte. Ich frag das jedes Mal, ne? No, no. Lily ist voll gelangweilt von der Schule. Okay, wenn du dann fertig geduscht hast, dann werden wir den lieben Jalen einmal... Oh, wir schicken ihm mal eine SMS. Vielleicht können wir uns ja heute Abend mit ihm im Wald treffen. Oder wir treffen uns mit Dorni. Mit Raoul im Wald. Wir haben jetzt die Wahl. Hä? Du solltest mit Evie spazieren? Oh, nee. Evie steckt schon wieder auf dem Sofa fest. Ich flipp aus. Zum Glück ist es mir aufgefallen. Warum ist das immer so? Geht's ihr denn gut? Wir geben ihr mal ein Leckerchen. Ist alles gut? Dann bürsten wir sie mal. Und sie muss ganz dringend aufs Klöchen. Na, dann gehen wir jetzt mal mit ihr spazieren. Oh mein Gott, diese Katzen, ne? Guckt euch das an. Wie sie hier alle vor dem Kamin sitzen. Warum liegt denn hier Brot auf dem Boden? Oh mein Gott. Einsame Pause. In der letzten Pause wollte niemand mehr spielen. Ich bin alleine herumgeklettert. Wenn das nochmal passiert, was soll ich dann tun? Frage andere Kinder, ob du mitmachen darfst. Spring mit dem Lehrer. Spiel einfach alleine. Wir wollen Aura ja so isoliert wie möglich behalten. Deswegen sagen wir ihr, sie soll einfach alleine spielen. Das arme Kind, ey. Hat sie das jetzt gemacht? Ah ja, sehr gut. Das hat geklappt. Sehr gut. Dann lassen wir sie jetzt erstmal essen. Und dann lassen wir sie noch weiter mit dem Spielzeug spielen. Und dann kommen wir der Sache immer näher. Hör mal, das läuft ja alles wie am Schnürchen. Die Sachen tun wir wieder in ihr Inventar. Hör mal, wir werden reich. Wir werden einfach, das ist einfach unser neues Imperium. Die eingemachten Sachen. Also es dauert halt alles super lange leider. Also das wäre mega cool, wenn das eine Fähigkeit wäre. So, dass man irgendwie dann noch mehr Gläser auf einmal machen könnte oder sowas. Also das quasi in so Bulg-Dingern machen könnte. Aber naja, es ist trotzdem ein Riesen-Business. Oh mein Gott, Freunde werden. Ich möchte mich unbedingt mit einem bestimmten Kind anfreunden. Aber es scheint nicht mein Freund sein zu wollen. Was kann ich tun, damit es mein Freund wird? Ich frage mich, ob sie über Jalen redet. Sei einfach weiter nett. Überlege dir eine besondere Freundschaftsgeste. Freundschaft kann man nicht erzwingen. Okay, wir sagen ihr einfach, sie soll weiterhin nett sein, I guess. I'm sorry. Ich bin da jetzt nicht die beste Ansprechpartnerin. Aber guck mal, wie Aura, ach wie Aura, sag ich schon, wie Donnie hier schlecht gelaunt durch den Wald läuft. Aber süß. Ich weiß nicht, ich brauch da kurz ein Foto von, weil daran können wir uns später dann erinnern. Oh Mann, ey. Die alte Evie und Donnie schlecht gelaunt, weil sie in der Pubertät ist. Oh mein Gott. I love it. Ich liebe Donnie so sehr. Ich liebe sie so sehr. Geht ihr mal weiter. Du gehst jetzt wieder mit deinem Spielzeugspieli und Lilly. Ja Lilly, wie wär's denn, wenn du einfach Jalen einmal anrufst und ihn fragst, ob er hierher kommen will. Aber wir treffen uns natürlich nicht hier, sondern er kommt dann hier hinten irgendwo hin. Und dann bringen wir da ein bisschen Zeit miteinander. Jalen, was sagst du? Und? Bitte sag ja. Kamara hat Erziehungslevel 9 erreicht. Kamara ist jetzt so überzeugend, dass sie immer erfolgreich ist, wenn sie ein Kind beeinflusst. Eine Aktion wie Spülen durchzuführen. Achso, eine Aktion wie Spülen durchzuführen. Kamara weiß jetzt außerdem, wie sich alle ihre Ratschläge in Schulsituationen auswirken. Oh mein Gott. Krass. Und Jalen wird gleich da sein. Das ist natürlich auch äußerst aufregend. Darüber freuen wir uns äußerst sehr, Jalen, wenn du dich entscheidest, hierher zu kommen. Wo sind sie? Kamara... Oh mein Gott, da ist er. Nein, nein, nein. Nicht reinkommen, bitte. Du darfst nicht reinkommen, Jalen. Wir gehen in eine Runde, so. Und dann gehen wir irgendwo hin, wo uns keiner finden wird. Und zwar hier hinten findet uns keiner. Hier ist es ganz geheim. Wir gehen hier auf diese Bank. Oh mein Gott, das ist aber auch so schön hier. I love it. Wait, kann man hier drüber gehen? No way. Stimmt. Man kann hier rüber. Ach, hier ist ja noch ein ganzes Grundstück. Irgendwie war ich hier noch nie. Hier müssen wir was Cooles platzieren. Was ist das denn hier? Oh mein Gott. It's so beautiful. Lilly, wenn du in dem Tempo gehst, dann wird das heute nichts mehr, weißt du? Oh. Und Donnie hat sich für einen kleinen Swimmy Swim entschieden. Oh mein Gott, Donnie, du bist so schön. You are so pretty. Donnie kriegt das jetzt mit, wie Lilly sich hier heimlich mit Jalen im Wald trifft. Wo ist Lilly? Ich glaube, da hinten auf der Brücke, oder? Müsste sie da hinten auf der Brücke sein? Lilly? Da kommt sie. Oh oh. Äh, Donnie. Oh oh. Äh. 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 It's a confrontation. It's a confrontation. May day. May day. Aber Lilly tut jetzt einfach so, als wenn die Jalen nicht kennt. Und sagt, Jalen, Jalen, lauf. Lauf um dein Leben. Evie ermunternt sich zu erleichtern. Und nur was? Oh mein Gott. Okay, aber wir wollten hier gerne sitzen mit Jalen. Jalen kommt zurück. Dass sie Videospiele... Nee, Aura, du magst keine Videospiele. Weißt du nicht mal, was das ist. Feini, super, hast du das gemacht. Ach, toll. Und dann gehen wir jetzt mal wieder nach Hause. Ich glaube, die kleine Maus muss nach Hause. Sie ist müde. Okay, die zwei sind da hinten auf der Bank. Also Jalen läuft schon wieder weg. Jalen, komm zurück. Hä? Wo ist er hin? Jalen! Er ist aber auch eine Rakete, ne? Okay. Oh. Ähm. Hi, Jalen. Na? Äh. Wie geht's? Ist alles gut bei dir? Äh. Wollen wir irgendwas Lustiges unternehmen? Oder äh. Ähm. Willst du irgendwie... Ich weiß nicht, über die Schule reden? Oder willst du mir irgendwie... Ich, ähm. Ich hab eine wahnsinnige Idee. Oh mein Gott, wollte er gerade gemein zu ihr sein? Er wollte gerade gemein zu ihr sein. Er ist so großartig. Er passt zu ihr wie die Faust aufs Auge. Okay, ähm. Und dann werden wir einfach mal ein bisschen Unfug mit ihm treiben. Weil das ist genau unser Ding. Damit versuchen wir unsere Unsicherheit zu überspielen. Wir werden ihm falsche Selbstsicherheit einflößen. Oh. Nee, nee, nee. Nicht Romantik, bitte. Soweit sind wir noch nicht. Und dann werden wir... Nee, nicht freundlich. Unfug. Dann werden wir ein bisschen mit ihm eine Verschwörungstheorie teilen. Seid ihr schon wieder zu Hause? Wait. Wait, was? Raoul ist hier? Baby einfach. Er weiß einfach, wann wir ihn brauchen. Er weiß einfach, wann wir ihn brauchen. Hi, Boy. Oh mein Gott. Er ist so süß. Ich liebe Raoul so sehr. Ich liebe ihn so sehr. Und Donnie geht jetzt erst mal direkt zu ihm und sagt, hi. Ich... Oh mein Gott. Mein Tag war so, so schrecklich. Und es ist so schön, dass du hier bist. Und oh mein Gott, Evie. Hättest du nicht noch einen größeren Haufen machen können? Wo ist er denn... Mann, ich will doch mit ihm reden. Einladen, über Nacht zu bleiben? Äh, was? Nee, wir gehen zu ihm und knutschen ihn einmal ab. Einmal küssen. Oh, Lilly macht jetzt hier hinten ihre Hausaufgaben. Und Jalen scheint wieder weggegangen zu sein. Wo ist der Boy jetzt schon wieder hin? Muss er auf Toilette? Oder läuft er nach Hause? Jalen, what are you doing? Jalen, nein! Äh, äh. Komm zurück. Du darfst nicht ins Haus laufen. Diese Sim ist zu weit weg, um ihm herbeizurufen. Jalen! Okay, dann schicken wir ihn jetzt einfach nach Hause. Ich möchte ja auch nicht, dass das bei denen so Insta-Love ist. Also so wie das bei Raoul und Donnie war. Die zwei sollen ja erst mal so diese awkward Stage haben. Wo das dann halt einfach so... Äh, ja, cool, dass du gekommen bist. Aber so richtig wissen, was wir jetzt machen. Weiß ich auch nicht. Und äh, okay, äh, ich gehe jetzt wieder Chissi. Warte mal, kann man hier Frösche suchen? Nee. Wie kann man denn nochmal Frösche suchen? Außer in diesen Höhlen. Also in diesen... Ihr wisst schon, was ich meine. Weil wir müssen ja immer noch Tianas Sammlung vervollständigen. Und ich dachte gerade, man könnte hier vielleicht auch Frösche suchen. Weil das sah so swampy aus. Nina ist wieder mit ihrem Denglish heute richtig weit vorne mit dabei, ne? I'm sorry. Und schon wieder hat sie... Äh, 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 ist das irgendwie so ein Zeichen von Außerirdischen oder... Oh mein Gott, was? Okay, Tiana, du hast doch gerade eh nichts zu tun, oder? Ich weiß, du hast Hunger. Ähm, aber du gehst jetzt Pilze pflücken. Was? Ach so, sie steckt fest. Huch. Ja gut. Upsi. Jetzt gehen wir Pilze pflücken. Äh, hier gibt's nichts zu sehen. Tschüssi, Mom. Ein Kompliment über Aussehen. Oh nein, was ist jetzt los? Familiäres Bedrängnis. Oh nein. Raul, ich... Ich will heute nicht... Ich will heute nicht hier sein. Es... Kann ich vielleicht mit zu dir kommen? Und Raul sagt, äh, äh, ist das denn für deine Moms okay? Ich... Ich bin mir nicht so sicher. Die scheinen doch immer sehr übervorsichtig zu sein. Ach, Raul, ich... Ich möchte jetzt nicht hier sein. Versteht das doch bitte. Ich... Ich kann das nicht mehr. Ich fühle mich so eingeengt. Und ich möchte einfach bei dir sein. Der Rest ist mir egal. Okay. Das ist, äh... Okay. Let's do it. I guess. Okay. Wir befinden uns nun im Haushalt von Raul. Äh, Donnie, ich hätte da so eine Idee. Vielleicht solltest du dir eventuell was anziehen. Äh, ist nur so eine Idee, aber... Ja. Oh mein Gott. Deren Haus ist so unglaublich schön. Wow. Also, es ist eine richtige Bonzenvilla, aber es ist schön. Ich finde, das sieht aus wie ein Grabstein. Und das ist dann irgendwie makaber, weil das ist ja ein Angelspot, um Fische zu angeln. Und wenn man Fische angelt, dann tötet man sie. Und dann... Ja, ihr wisst, was ich meine. Aber es ist... Oh mein Gott. Äh, Raul. Mein Liebling. Oh mein Gott, was? Er schenkt ihr was? Oh mein Gott. Raul ist so süß. Er ist so unfassbar süß. Was hat er ihr geschenkt? Hat er ihr schon wieder einen Kuchen oder... Oh mein Gott, er hat ihr schon wieder einen Kuchen geschenkt. Den Kürbiskuchen. Du bist so süß. Nee, du gehst nicht nach Hause. Auf gar keinen Fall. Dafür werden wir ihn natürlich jetzt erstmal abknutschen. Und werden ihm sagen, Raul, du bist einfach... Du bist einfach der Wahnsinn. Und ich... Oh, jetzt zeigt er ja auch noch lustige Videos, um sie aufzumuntern. Er ist einfach so süß. Und dann werden wir Händchen mit ihm halten. Und einfach ein bisschen romantischer sein. Und dann werden wir nochmal seinen Hals vielleicht küssen. Und dann... Naja. Also... Ups. Oh nein. Wie konnte das passieren? Ich... Oh. Huch. Nein. Okay. Ähm. Und dann werden wir einmal vielleicht mit ihm knuddeln. Oh. 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 Dorni. Sag mal. Dorni. Hör auf. Und dann werden wir ihm sagen, wie sehr wir ihn mögen. Oh mein Gott. Oh. Äh. Ganz ruhig. Und dann merkt Dorni, dass Raul sie genauso gerne mag, wie sie ihn. Und ich war das nicht. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Dorni. Es ist jetzt keine Zeit, um Pippi zu müssen. Und müde darf man jetzt auch nicht sein. Oh mein Gott. Wohin gehen die? Oh mein Gott. In einem stinkenden Blätterhaufen? No way. Oh. Mein. Gott. Ich flipp aus. Ah. Oh mein Gott. Ich raste aus. Dorni. Oh mein Gott. 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 Raul ist sehr verantwortungsbewusst. Aber wir können ja noch eine zweite Runde einläuten. Wir sind ja eine dritte. Dorni ey. Ich flipp aus. Diese Musik ist so geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Juhu. Okay. Wartet. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal ohne automatische Dinge. Pregnancy Settings. Birth Control. Das machen wir weg. Tschüssi. Und jetzt gehen die zwei natürlich ins Bett, weil es ist spät. Wir wollen schlafen. Was ist denn hier Rauls Zimmer? Ich glaube. Oh was? Louisiana. Ich glaube das hier wird Rauls Zimmer sein. Deswegen gehen wir jetzt hier hin. Weil das ist ja eher so ein Elternschlafzimmer. Also er hat ja keine Eltern mehr. Aber ihr wisst was ich meine. Er hat so die kleinen Häschen auf dem Teppich. Da sehe ich ihn. Okay. Oh nein. Die zwei haben nochmal ein Techtelmechtel. Oh. Oh mein Gott. Und jetzt haben wir keine Benachrichtigung bekommen. Warum habe ich das getan? Warum habe ich das getan? Warum habe ich das getan? Oh mein Gott. Und sie erst mal so. Jetzt ein Stück Körbiskuchen. Schwitzt sie? Oh mein Gott. Sie schwitzt. Freudig überrascht. Okay. War ein gutes Techtelmechtel. Freut mich. Oh Mann. Sein Schlafanzug ist aber auch mega süß. Cute. Okay. Wir schlafen jetzt aber erstmal. Wir sind müde. Dürfen wir denn hier überhaupt übernachten? Warte mal. Wir müssen ja ihn erst noch fragen. Also wir haben ja schon zwei Uhr in der Nacht. Aber egal. Suche ich das gerade wirklich schon wieder? Und das gibt es nicht? Ich habe gerade irgendwie ein Déjà-vu. Okay. Wir schlafen. Schlafen. Gute Nacht. Die schlafen. Danke. Oh mein Gott. Und er macht erstmal hier so ein paar Sit-Ups. Ach wie heißt das? Ähm. Liegestütz. Donnie. Ich weiß ja nicht. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das korrekt war. Aber wir haben ja, wie gesagt, nicht mehr so lange, bis sie dann zur Erwachsenen wird. Guck mal. Nehmen wir mal an. So ganz rein theoretisch. Wäre sie jetzt schwanger. Sie würde es morgen herausfinden. Ah nee. Heute ist Donnerstag. Eins. Zwei. Erst. Also da kommt sie ins zweite Trimesser. Da kommt sie ins dritte Trimesser. Das heißt, sie würde Samstag werfen. Ja. Und dann ist es ja nur noch anderthalb Wochen bis zum Geburtstag. Sounds legit, oder? Oh Gott. Nina, was hast du getan? Ihr wolltet das so. Nicht ich. Aber irgendwie auch süß. Weil, naja, sie ist halt so gestresst von ihrer Familie. Und sie hat immer noch, äh, also es steckt ihr immer noch der stressige Schultag in den Knochen und so weiter. Aber sie hat auf jeden Fall nicht mehr das Mut, dass ihre Familie sie bedrängt. Und das ist ja etwas Gutes. Und ich mein, Raoul hat ihr einen Kürbiskuchen geschenkt. Und dann hat Donnie sich einfach gedacht, äh, er ist so süß. Und dann, naja, sind Dinge geschehen. Und ich finde das so lustig, dass das Spiel das einfach selber eben gemacht hat, dass sie da... Also das Spiel wusste einfach, was ich vorhatte. Und das ist einfach schon wieder richtig toll. Okay, Donnie. Morgen ist ja Schule! Egal. Wir gehen, äh, zurück zur Familie. Tschüssi. So viel zum Thema. Oh, Donnie ist voll gut in der Schule. Super. Hm. Ja. Okidoki. What is going on here? Okay, Lilly ist immer noch ein bisschen gelangweilt. Sie weiß immer noch nicht so richtig, wie sie mit der Situation mit Jalen umgehen soll. Oh mein Gott, Lilly. Ich liebe dich so sehr. Sie ist aber auch nicht müde. Das heißt, es ist Zeit, wieder Dinge zu tun. Deswegen werden wir nun wieder in den Keller gehen und mit den Dahingeschiedenen kommunizieren, um unsere Mediumfähigkeit weiter auszubauen. Wir sind ja jetzt schon mittlerweile bei, äh, fast Level 3. Sehr, sehr gut. Oh, sie muss pibi. Naja. Oh, werden wir jetzt Level 3 erreichen? Wir erreichen Level 3. Sehr gut. Lilly Blossom kann jetzt mit den neuen Seancen die Dahingeschiedenen herbeirufen. Und Bonehilda herbeirufen. Oh mein Gott. No way. Wir können Bonehilda herbeirufen. Oh mein Gott. Das will ich ausprobieren. Ruf mal die, äh, Dahingeschiedenen herbei. Ich wollte dir nur sagen, dass wir alle auf dich bauen weiter so. Oh mein Gott. Es ist so gruselig. Ich hasse es. Oh, Lilly. Why are you doing this? Spielen die da oben Schach? Oh Gott. Diese Familie ist einfach wild. Kann mal bitte jemand Evie baden? Sie stinkt. Tiana, einmal Evie baden, bitte. Und ihr ein Leckerchen geben. Oh nee. Lilly macht jetzt auch eine Phase durch. Sie will die Radios laut aufdrehen. Und die Seance wurde unterbrochen. Wie die wurde unterbrochen? What? Was soll denn das? Naja, aber sie schlägt sich immer besser, ne? Also sie schlägt sich immer besser. Aber jetzt will ich mal ganz kurz noch das mit Bonehilda probieren. No way. Haushaltshilfe. Ich flipp aus. Wir haben Bonehilda. Okay, aber Bonehilda, du musst verschwinden. Du kannst nicht hier sein. Okay, aber wir werden uns einmal ganz kurz bei ihr respektvoll vorstellen. Ähm, hi, ich bin Lilly. Wo kommst du her? Oh mein Gott, und sie ist kokett. Bist du aus dem, aus der Unterwelt? Oder wie? Also ich, ich verstehe das nicht so richtig. Wie kann es sein? Du bist ein Skelett. Und ich habe doch nur an dieser komischen Kugel gerieben. Und nun bist du hier. Und ich, oh mein Gott. Du, Mom, 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 wird mich umbringen. Oh mein Gott, Bonehilda, du musst verschwinden. Wie, kriegen wir sie weg? Oh mein Gott, können wir sie irgendwie wieder wegmachen? Oh mein Gott, ich weiß nicht. Äh, Bonehilda, ich will wirklich nicht unhöflich sein. Aber du musst jetzt ganz dringend gehen. Oder, ich habe eine Idee. Wir schließen die Tür ab. Lilly denkt sich, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich muss die Tür abschließen. Für alle außer Lilly. Oh mein Gott. Bonehilda, dass sie da drin bleibt. Weil das wäre wirklich äußerst fatal, wenn Bonehilda aus Versehen da jetzt die Treppe hochgestiefelt kommt. Vor allem, wenn Aura das sieht. Oh mein Gott, Aura geht natürlich erst mal aufräumen. Dieses Kind ist einfach, sie ist einfach ein Schatz. Oh, was? Hat, oh mein Gott. Hat Dorni ein Glück. Heute ist keine Schule. Ich flippe aus. Komm, wir freunden uns mal kurz mit den Hersys hier an. Ich möchte auch jetzt endlich mal Freunde mit den Hasen sein. Aber die hassen mich immer alle. Guck, schon wieder. Können wir ihn nach den spitzen Zähnen fragen? Oh, das mochte er, okay. Okay, dann werden wir ihm einen Witz erzählen. Das mochte er wieder nicht. Und die Bienen hassen uns auch. Schön, einfach schön. Können wir dich streicheln? Oh ja! Look at him. Über Flauschigkeit reden vielleicht? Das fand er auch gut. Okay. Oh wait. Da ist ja noch ein Hase. Und da ist noch ein Hase. Ich kann mich ja gar nicht entscheiden. Das sind so viele Hasen, aber süß. Dann reden wir nochmal über seine Flauschigkeit. Ich glaube, das fand er gut. Nein, das fand er schon wieder nicht gut. Och Mann. Dann machen wir jetzt eine Kreuzsticharbeit für den Hasen. Was haltet ihr denn davon? Wir gehen jetzt hier hoch in ihre Ecke hier und werden dann... Warte mal, wo ist denn diese Kiste jetzt? Nicht blöd. Hatte sie nicht auch so eine Kiste? Das ist die Strickkiste, ne? Ja. Äh. Naja. Okay, dann gehen wir halt hier hin und machen einen großen Ring. Und zwar schreiben wir dann da drauf... Gibt es irgendwas mit Hasen? Bleib ruhig und Simme. Gott, die Übersetzung, ne? Das ist... Äh. Ja. Wir machen... Das hat ewig gedauert. Achso, nee, warte mal. Wir haben ja Wolle. Können wir ihr die geben? Dann müssen wir nichts bezahlen. Oder zumindest weniger. Okay, wenn wir... Ah, man braucht nur dafür weiße Lama-Wolle. Okay, dann müssen wir dem Lama mal Leckerchen geben, damit wir dann die bunte Wolle bekommen. Weil irgendwie bringt uns das ja so nichts, ne? Egal, dann machen wir ja trotzdem jetzt hier... Wir machen einfach das hier. Man lernt jeden Tag dazu. Super toll. Okay, ist Baumhilda jetzt noch hier unten drin? Ja. Und ihr geht's ganz wunderbar. Sie ist super glücklich. Und was zu essen braucht sie ja auch nicht. Also, äh, ihr geht's gut. Oh mein Gott. Sie hat Leichen im Keller. Also, Lilly hat Leichen im Keller. Ich kann es nicht glauben. Aber das ist so cool, weil das ist jetzt so ein Missgeschick dann gewesen. Dass sie aus Versehen eben, äh, oh mein Gott. Baumhilda hervorbeschworen hat, sozusagen. Dorni kommt nach Hause, mega übermüdet. Man fragt sich, was sie die ganze Nacht getrieben hat. Und ihr geht's richtig schlecht. Und sie trauert wegen irgendwas? Weil sie einen nahestehenden Sim verloren hat? Nee. Hast du doch gar nicht. Wen hast du denn jetzt schon wieder verloren? Oder denkst du immer noch an Ella? Oder sind das Stimmungsschwankungen? Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon einen Schwangerschaftstest machen soll. Weil theoretisch wüsste Dorni ja nichts davon, glaube ich. Ich glaube, wir lassen das noch ein bisschen so auf uns zukommen. Wir lassen sie noch ein bisschen im Dunkeln tappen. Aber vielleicht gehst du dann einfach jetzt schnell nach oben und schläfst. Damit auch kein, äh, Potenzial besteht, dass deine Moms mit dir schimpfen. Aber sie versucht sich dran vorbeizuschleichen. Das geht natürlich schief. Wir werden ganz kurz mit ihr schimpfen. Wir werden sie anbrüllen. Können wir, warte mal, können wir da irgendwas mit Erziehung machen? Oder kann sie irgendwas mit Erziehung machen? Erziehung? Zu etwas zwingen? Oh mein Gott, wir können sie zwingen, an Schulprojekten zu arbeiten? Das ist echt krass. Dann können wir sie nach Phase fragen. Das ist ja krass. Okay, aber, äh, Kamara soll sich mit ihr streiten. Weil irgendwie sehe ich Kamara da eher, dass sie die anschreit. Okay, let's go. Du kannst noch nicht schlafen gehen. Sie hat versucht, sich die Treppe hochzuschleichen. Aber Kamara hat das natürlich mitbekommen. Und rennt direkt hinterher. Und alle, oh mein Gott, die ganze Familie rennt hinterher. Alle wollen sehen, wie Kamara Dorni anschreit. Und, oh mein Gott, ich bin so enttäuscht von dir, Dawn Rose. So sehr. Wo warst du die ganze Nacht? Ich, Mom, ich, weißt du, ich wollte einfach nur mal hier raus. Ihr macht mich alle fertig. Ich, ich fühle mich so eingeengt. Und ich weiß einfach nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Nicht, du sollst schlafen. Ah, du gehst schlafen. Äh, Mom, lass mich jetzt. Ich bin müde. Ich muss mich ausruhen. Und Kamara sagt, ja, du kannst auch den ganzen Tag hier in deinem Zimmer bleiben. Komm ja nicht raus. Ich will dich heute hier nicht mehr sehen. Okay, das war's. Und mit diesem Anblick wird Dorni jetzt in die Welten des Träumelandes gehen. Und wird davon träumen, von ihrer prächtigen Zukunft mit Raoul. Und Nina wird an dieser Stelle diesen wunderbaren Part beenden. Ich hab ein bisschen Angst vor dem nächsten Part, muss ich sagen. Weil ich freu mich zwar auch sehr auf diese Storyline. Aber ich glaube, es wird auch noch ein bisschen Reibereien mit der Family geben. Weil die natürlich nicht so davon begeistert sind, dass Dorni so früh jetzt Mama wird. Also wir wissen es ja noch gar nicht. Wir wissen ja nicht, ob es geklappt hat. Aber ich denke, spätestens beim zweiten Mal hat es wahrscheinlich schon geklappt. Aber wir schauen dann, im nächsten Part wird Dorni dann irgendwie so merken, irgendwas ist hier komisch. Und dann, naja, werden wir mal einen Test machen. Und werden herausfinden, ob unsere kleine Dorni tatsächlich Mama wird. Ich kann, oh mein Gott. Für mich war es gerade eben schon komisch, dass sie Raoul am Hals geküsst hat. Und jetzt soll sie Mutter werden? Oh mein Gott. Naja, mal schauen. Ich freu mich auf jeden Fall sehr. Ich finde auch diese Story so cool, dass Lilly halt jetzt aus Versehen Bo und Hilda da im Keller heraufbeschworen hat. Und sie jetzt da eingesperrt hat. Und ja, dass sie jetzt ihr kleines Geheimnis ist. Und dass sie jetzt eben so das erste Mal merkt, dass sie doch eben irgendwo in sich Kräfte hat. Und das wird sie dann vielleicht Jalen anvertrauen oder so. Man weiß es nicht. Wir werden sehen. Im nächsten Part werden wir dann da mehr erfahren. Freu mich auf jeden Fall sehr. Und falls ihr da noch irgendwelche Ideen habt, könnt ihr mir das natürlich wie immer sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi. Mua.